TV Bayern Live sucht die feschesten Bayern. Voten Sie mit und gewinnen Sie eine CW-Foto-Leinwand oder ein CW-Fotobuch. Unter allen Teilnehmern wird auch ein Gutschein im Wert von 300 Euro für Trachten Angermeyer verlost. Weitere Informationen unter www.tvbayernlive.de Möchtest du ein CW-Fotobuch gewinnen? Ja. Du bist gescheit. Wie heißt denn du? Wo kommst du her? Jana aus Donauert. Aus Donauert? Ja. Da müsste ich jetzt nur ein bisschen vor der Kamera drehen, dass man dich gescheit sieht. Drehen, 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 drehen. Superschön. Fester. Schneller, schneller, schneller. Warte, ich drehe mich mit. So drehen, 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 drehen. Wunderbar. Wie weißt du? Ellen. Und aus Ostheim, ne? Ursheim. Aus Ursheim. Auch das mit den Bären im Wappen. Ja. Einfach drehen, drehen, drehen. Jawoll. Und nochmal andersrum. Super. Wie heißt denn du? Alicia. Und wo kommst du her? Aus Memmingen. Aus Memmingen? Voll. Ich muss das immer nur bei der Kamera drehen. Nur ein bisschen drehen. Drehen, 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 drehen. Und dabei gut ausschauen. Das machst du sehr gut. Und nochmal drehen. Das ist noch gescheiter. Immer in zwei verschiedene Richtungen. Da werden wir jetzt natürlich verschwindeln. TV Bayern Live sucht die feschesten Bayern. Voten Sie mit und gewinnen Sie eine CW-Fotoleinwand oder ein CW-Fotobuch. Unter allen Teilnehmern wird auch ein Gutschein im Wert von 300 Euro für Trachten Angermeyer verlost. Weitere Informationen unter www.tvbayernlive.de Untertitelung des ZDF für funk, 2017